Sie ist schwarz. Ja. Ich probiere es jetzt mal, dass ich das mit den zwei Drittel hinklicke. Ah, das war scheiße. Ein bisschen übel. Boah. Hat es nicht runtergeballert? Ne, fast, aber es geht gerade bisschen durch. Ist runtergeballert? Bis jetzt habe ich die Hälfte vom Bild drin, aber... Ja, aber so schon mal, genau so ist schön. Was ist daran bitteschön schwer? Kann man das mal bitte jemand erklären? Ich finde das ganz nett eigentlich. Das ist super. Ich finde es sehr interessant. Achte mal lieber nicht drauf. Die Pferde springen sehr... Die ziehen... Jedes Mal richtig schön die Beine ein. Ja, ja, total. Aber die machen ja auch den ganzen Tag nichts anderes. Wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang. Die Fotografin? Ja, ja. Auch gar kein Sitzkissen. Hey, super. Jetzt habe ich echt den Smoothie raus. Jetzt guckt keiner zu. Jetzt Leute. Das ist echt ein kleines Ding. Oh, irgendwann mal tut einem der Arm weh. Das war's jetzt mal. Ja, das ist... Ähm... Mit dir...